Dieser Volkswagen EOS steht hier zum Verkauf. Das silberne Cabrio ist zweitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 25.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2010. Das Cabrio bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Sportsitze, elektrische Fensterheber, elektrische Sitzeinstellung und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Ge continuere. .